Herzlich Willkommen zu unserem CrossFit Bonn Homeworkout am 9.2. Wir starten mit unserem 5-minütigen Warm-up, 8 Alternating Lunges, dann kommen 6 Kang Squats. Dann haben wir 4 Russian Babymaker. Dann 2-mal den Inch-Warm und dann 20 Sekunden pro Seite Couch-Stretch. Zug über den Oberschenkel in der Hüfte müsst ihr spüren. Schaut, dass ihr den Bauch ein bisschen angespannt habt, dass ihr nicht ins Rückkreuz fällt. Und dann kommen wir zu unserem Skill-Teil, heute zum Pistol. Wir alternieren alle 90 Sekunden durch für 3 Runden. Die erste Übung ist der Alternating Pistol Squat. Also ihr macht den Pistol. Skalierung wäre der Eccentrics Pistol. Das heißt ihr haltet euch fest. Und geht dann langsam in den Squat runter. Und eine weitere Skalierung wäre der Steggert-Stand-Squat. So, zweite Übung. Acht pro Seite Weighted Lateral Box Step-Ups. Und dann haben wir als dritte Übung 40 Sekunden Weighted Glut Bridge Hold. Dann haben wir in unserem Conditioning-Teil zwei Runden bitte mit jeweils drei Intervallen. Das erste dreiminütige M-Rep sind drei Odd-Objects Squat Clean. Dann haben wir sechs Hand-Release Push-Ups und neun R-Squats. Gefolgt von einer 90-sekündigen Pause. Dann drei Minuten M-Rep, zehn Squat Jumps. Fünf Arthrocks, fünf Arthrocks, zwanzig Cross Body Mountain Climber und fünf Hollow Rocks. Das war der Mountain Climber und die Hollow Rocks. Wieder mit 90 Sekunden Pause. Und dann das letzte M-Rep, auch drei Minuten, zehn Single Arm Push-Press. Acht Single Arm Devils Press. Und zehn Single Arm Overhead Lunges. Dann wieder 90 Sekunden Pause und dann alles nochmal. So dass ihr jedes M-Rep zweimal gemacht habt. Und dann kommt am Ende noch unsere Challenge. Viel Spaß!